Wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geister, Jäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst ein Hohn platt. Ha, 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 es ist so bescheuert. Wow, jetzt noch christlicher. Die folgende Sendung, Geister, Jäger, wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries Krediten mit dem Christenkredit. Wow, der Christenkredit von Kreis Industries ist ja voll geil. Da konnte ich mir meinen Nintendo Switch direkt leisten mit Jesus Blaster 3000. Das ist ein geiles Spiel. Und das Ganze stotter ich easy ab unter Partner Johnsons Kutte. Guck mal, ich habe schon 200 Oblaten Bonuspunkte gesammelt. Okay, ich distanziere mich mal wieder ganz deutlich von irgendwelchen Kreditmaßnahmen, die Kreis Industries betreffen. Liebe Kinder, holt euch keinen Kredit bei Kreis. Macht es nicht. Schön hier ins Waschbecken rein. Dann treibt er wieder irgendeine Unzucht mit Maria. Oh, wow, Überraschung. Was ist da los? Sie wird frisiert und gewaschen. Hallo, ja. Im kleinen Betty Barclays Salon. Wenn wir heute den Ausflug machen, außerdem hat sie ihre Oblaten nicht zurückgezahlt. Moin, deine Kredite funktionieren mit Oblaten? Auch. Oh Gott. Also hast du jetzt wirklich ein Kreditunternehmen noch auf die Beine geklöppelt? Ja, weißt du, das hat sie halt nicht durchgesetzt. Kann halt nicht nur in Chemikalien und andere Weltzerstörungen investieren. Also muss man den Leuten irgendwie das Geld aus der Tasche ziehen, du gieriger. Oh, ich hab direkt einen Zweierwert. Direkt einen Double Doodle. Kannst du hier kommen? Hallo. Nulltemperatur. Double Doodle. Es ist 5 Uhr, Spirit. Was ist dein Name, Spirit? Oder Ghost Tea. Spirit, schau das Licht. Oi, hat er gemacht. Alter, lass das Licht aus. Die Vermieterin hat gesagt, sie will Strom sparen. Also Signal hab ich hier wieder irgendwie nicht. Geister arbeiten für Stromunternehmen, um die Preise in die Höhe zu treiben. Ja, glaub ich nämlich auch. Ja, dafür sind die ausgebildet. Oh, da ging irgendwas an der Decke. Hier in der Ecke. Decken-Ecke. Schapuls, ey. Kann nix sehen. Oh, ich werd gelascht. Raus, renn doch raus. Steht er dann noch im Weg und strahlt dem Geist in die Nasenlöcher. Vor allen Dingen, er war an der Decke, aber dann nach unten weggeknickt und total crazy. Das Knickgeist. Beruhigen Sie sich mal da draußen. Entschuldigung. Wissen Sie, was dieses Wohnmobil hier kostet? Der ist gierig. Ich hab auch ein Drei-Sterne-Geister-Foto gemacht. Das hat ihm gar nicht geschmeckt. Okay, vielleicht stehen wir auch auf seinem Zeltplatz. Drei-Sterne-Geister-Foto. Schmeckt dem Geist nicht. Schmeckt dem Geist nicht. So, Maria, bist du schön sauber und gewaschen? Nimm meine Maria mit. Präsentieren Sie die Maria. Ich präsentiere die Maria. Vorne einen kleinen Magdalene. Meine Maria. Can you write in the book? Can you write in the book? Alter, er hat mir ein Schwanz ins Buch gemalt. Echt jetzt? Ja. Cock-Paintings. Cock-Paintings. Von Kreis Industries. Schmeckt. Schmeckt der Maria hier vorne mal in den Flur. Da hat mir einfach ein Dödel ins Buch gezeichnet. Okay, Dödel-Symbole also. Wir haben einen leichten Dödler. Was steht da drauf? Zimmer 27. Vierte Etage. Vierte Rettung. Kreis Industries. Hauptquartier Mexiko. Ja. Das ergibt alles Sinn. Das ergibt irgendwie alles gar keinen Sinn. Völliger Quatsch. Ich will auf jeden Fall mir hier so ein kleines Kreuz hin. Alter, jetzt habe ich auf einmal eine Speedbubble im Gesicht gehabt. Alter, Speedbubble? Can you come here? Äh, was brauchen wir denn jetzt noch? Oh Gott, da oben geht er. An der Decke. Er ist in die Küche gekrabbelt. Spirit, gib uns ein Sign. Kannst du hier kommen? Was war das? Ich habe eine Cam hingestellt auf die Tür da hinten. Ich werde jetzt sein Lieblingsradio anfassen. Ich werde seinen Lieblingsplattenspieler anfassen. Oi. Was war das, Alter? Ich glaube, er wird wütend, wenn ich Dinge berühre. Du hast echt, hast du was angefassen? Er ist sauer geworden. Spirit, turn on the lights. Könnte ja ein Poltergeist sein, ne? Oh. Er macht auch Lichter an und so ein Kram. Er ist richtig lichtgeil. Er geht nur an der Decke, gefühlt. Er ist da hinten. Ich habe deine Sanduhr, du Sau. Haben wir ein Fluchobjekt? Hast du einen Sniffer? Ne, ich habe gerade das Thermometer und checke die Temperaturen. 17 Grad, aber hier. Ein hoher Körper ist so viel zu hart. Open the door. Also bis jetzt ist alles wieder ruhig und clean. Was war das? Ich glaube, der furzt. Ja, ja. Ja, wieder Taco-Nacht war gestern wieder. Gestern war wieder Taco-Abend. Belzebubst Taco-Abend. Ich habe deinen Lieblingshasen. Wenn du ihn lebend wiederhaben willst, dann gib uns ein Zeichen. Hm. Ich habe seinen Mr. Bunny entführt. Ob er das wütend macht? Also, ich weiß nicht. Je nachdem, wo du ihn anfasst. Ich nehme den mal mit, oder? Ich meine. Ich weiß nicht, ich hole mal einen Sniffer raus. Ich glaube, wir müssen da mal durchsniffen. Ich glaube, wir brauchen da eine kleine Geruchskeule. Was nehme ich denn mit? Sprechmaniole? Ich maniole? Ich maniole. Ich maniole. Kannst du nicht funktionieren? Can you hear me? Alter, leck mich am Arsch! Was war das denn? Alter, ich... What the hell? Was war das? Da gehe ich doch nicht rein. Alter, ich gehe dann... Wo ist Mr. Bunny? Alter, was war das? Alter, was war das denn widerliches? Igitt? Kleiner Gropnik von Kreis Industries. Kleiner Gropnik. Slavic laughing. Ey, das ist ein Dämon, oder nicht? Can you hear me? Oh mein Gott. Was ist da drin los? Can you hear me? Alter. Alter, Alter, ich... Alter! Alter! Geh mal rein, Kreis. Und sniff mal durch. Geh, sniff doch selber. Nee, nee, geh du nur... Ich bin da... Ich war drin, du bist feige. Das Ding ist voller Butter. Geh mal da rein. Ich wollte gerade... Ich war doch drin. Oh Gott! Ich verliere meine gespawnten Sachen, wenn er mich frisst. Alter. Ja, und ich? Das ist ein fucking Dämon. Ist auf jeden Fall... Das ist ein Dämon. Alter. Voice in the House. Haben wir Voice in the House gehabt? Nee, aber ich glaube nicht, dass es ein Dämon ist. Aber da steht ein Dämon lach. Vielleicht ist es ein Dämon. Woher soll ich das denn wissen? Ich bin doch auch erst Praktikant in dem Business. Gott, ey. Ich geh nochmal rein. Hast du irgendwie Null Temperaturen oder sowas? Ja, hatte ich. Also null. Can you hear me? Alter! Alter, Alter! Der ist... Der hat Bock. Ah, richtig Bock da drin. Alter, das ist ein scheiß Dämon. Hat richtig Spaß in der Hose. Geh doch rein! Oh Gott! Nein! Geiß auf den Sniffer, ey. Okay, dann brauchen wir hier einen Sticky Stick, ein bisschen heiliges Spritz und du musst natürlich abbibeln am Ende. Du musst richtig wild rumbibeln. Er steht da, oder? Weiß ich nicht. Wo steht der? Ich dachte, er steht da, aber er steht da nicht. Ich nehme ein Ingwerstäbchen mit. Ingwerstäbchen? Ich nehme mal einen Holy Water mit. Er hat überall Licht angemacht, die Sau. Spirit, we are coming in peace. We just want to talk to you. Can you hear me? Alter! Alter, der Typ macht mich fertig. Oh mein Gott. Gehst du rein und machst das Licht aus? Welches Licht? Da drin. Dann kann ich über die Kamera vielleicht sehen. Da ist doch Licht drin. Hier. Der im Raum. Bei mir ist doch kein Licht. Jetzt ist an. Jetzt habe ich es ausgemacht. Oh oh. Oh Gott, der spielt mit uns. Jetzt hat er angemacht. Wo? Oh, das hat ihm echt an der Lippe gebrannt. Ich habe noch ein Stäbchen. Kannst drinbleiben. Kannst schon mal die Bibel holen. Alter, war das krass, ey. Er ist ja übel. Can you hear me? Say something. Can you hear me? Oh mein Gott. Hör doch auf. Du denkst, das ist ein Dämon, ja? Da links am Fenster. Hast du gesehen? Da. Da. Warte. Ich Ingwer ihn. Oh. Nimm das, du dumme Sau. Und jetzt Bibel ihn. Alter, wir haben Dämonen ausgetrieben. Can you hear me? Oh, sauber. Alter, aber ich lasse die, ich wische mir kurz den Hintern. Okay, und dann lasse ich sie hier liegen. Alter, war der krass. Alter, war das krass. Wow. Wow. Ey, das war heftig. Nicht evil, ne? Der kleine Knillchen drin, der war richtig böse. Alter, der böse. Der kleine Grubnick. Baby Grubnick hatte bösen Stuhl. Er hat ein bisschen gemacht, er hat gezeigt, seine Tripa-Loski, drei Streifen, weißt du? Hat gemacht, drei Streifen, creepy. Tripa-Loski. Tripa-Tripa-Loski. Dunke-dunke-dunke-dunke. Alter. Dafür gibt's aber auch ordentlich Salz, ne? Wow, ey, das war krass. Der war böse. Ja, ein fieser. Also, wenn das mal nicht offensichtlich sowas von Dämon war. Belgien hat angerufen. Oh nein, ey, Belgien. Ja, im Rückfall irgendwie Kinder verschwinden in Belgien. Ich mein, das ist jetzt erstmal nichts Neues, ja? Ich weiß. Aber überall werden merkwürdige, kreisförmige Logos hingesprayt. Ich glaub, wie der Baron Kreis schnappt sich mit seinem großen Sack ein paar Kinder. Warum willst du das mitnehmen? Mr. Bora. Warum? Wir brauchen Mr. Bora in Belgien. Wir brauchen Mr.... Ich wette, wir haben jetzt wieder diesen Loading-Screen-Bug, weil du Mr. Bora mitgenommen hast. Na hier, 100%. Ich hör Belgien in der Ferne zischen, aber ich seh noch nix. Ah, jetzt. Glück gehabt. Nur mit Mr. Bora geht's. Bewiesen. Das ist Fakt. Ein Flashlight nehm ich mit und ne Taschenlampe auch. What? Was war das eben gerade für ein Bug? Ich bin irgendwie... Abgebackt. ...die Tür hinein... ...gesogen worden. Was ist das? Dü, dü, dü. Irgendwo ist ein Kinderlaster, der rückwärts fährt. Oh, fuck. Alter. Jetzt ist die Tür zugegangen. Kannst du mich hören? Was war das denn für ne Katze? Bist du auf ne Katze getreten? Bitte sag mir, dass du auf ne Katze getreten bist. Kannst du mich hören? Alter, was ist das? Ich kann mit Geistern reden. Null Temperatur. Kannst du hier kommen? Kannst du mich hören? Das ist ne Katze. Das ist ne Dämonen-Katze. Klassische Dämonen-Katze. Kategorie Katze. Boah! Was? Ich seh ja nix. Das ist doch gar keiner. Das war ein Warntritt. Wir wurden gewarnt. Okay, ist das jetzt... Hat der gesprochen? Ne, ne? Das war eigentlich ja so ein... Quakel. Ja. Audio-proof. Voice in the house. Spiritbox Radio. EFP. Was ist denn Spiritbox EFP? Hat der Voice in the house? Ne, oder Voice? Ich weiß nicht. Ist das ein Voice oder ist das ein Sound? Also, ne? Also... Aber das Signal-Searcher funktioniert irgendwie nicht mehr richtig. Kann das sein? Oh, das gibt einfach kein Signal. Ist der so schwach? Ich werde ihn jetzt mal herbeschwören. Nimm ne Maria mit. Oh, ich hab jetzt ne Cam eingesteckt erstmal. Ich wollte ne Cam aufstellen. Can you hear me? Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das angegangen? War das schon an? Ne, der hat's angemacht. Kann man das ausmachen? Oh, da oben. Irgendwas da oben. Irgendwas Katzen-Lady-ähnliches. Kannst du hier kommen? Ich hole die Maria. Ja, aber dann... Okay. Spirit, gib uns ein Signal. Kannst du eine Tür öffnen? Alter! Alter, das Ding ist super schnell. Das ist über den Boden gehuscht. Das ist Sonic. Ich glaube, wir kämpfen hier gegen Sonic. Aber Sonic ist ein Igel und keine Katze. Wo stehe ich die Maria hin? Hier? Hier, hier, hier. Da ist er uns nicht... Hier ist doch eine Schutz-Maria. Okay, bist du bereit, mir zu folgen? Ich hab aber... Ey, soll ich nicht noch lieber was holen, irgendwie? Ein Gerät oder ein Kreuz? Hier geht sie. Oh! Da ist sie. Ich hab sie nicht gesehen. Ich kann sie nicht sehen. Hast du Herzschlag? Nee. Okay, ich glaub, wir haben sie... Erstmal... Boah. Böse, Alter. Böse, böse, böse. Also, ich glaub, EMF hat sie nicht, weil der war nur auf 2. Ich geh mal ein kleines Bugli mit. Wir brauchen wahrscheinlich einen Sniffer hier. Oh, 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 oh. Ich hab Werte. Da, da steht sie. Die alte Babakrushni. Kein Kind? Ich geh mal auf Fotos. Und schau dir mal Foto Nummer 1 an. Ist das ein astreines Foto? Bei mir ist das Foto Nummer 2, aber es ist ein geiles Foto, ja. Das ist definitiv alt. Aber was ist sie denn für eine? Eine alte Katzenlady, oder? Ja. Alte Rosine. Muss ein bisschen drauf rumkommen, aber dann... Also, die hat mir direkt das Buch geschrieben. Echt? Boah, das ist hier. Was steht drin? Kreis Industry hat mir das angetan. Erst sind mir die Haare ausgefallen, dann die Zähne. Untersucht den Fluss in Belgien. Okay. Wow. Was hast du denn da reingeschüttet? Echt, bei mir? Ich kann da nichts drin sehen. Ja, bei mir sind Symbole drin. Symbole, okay. Okay. Ich hab aber bis jetzt auch immer nur Symbole gesehen, ne? Haben wir ne Temperatur? Ne, ne? Audio Proof. Ist halt Spiritbox EVP. Was das sein soll, weiß ich nicht. Spiritbox Radio. Wir brauchen mal einen Sniffer. Ich nimm mal einen Sniffer mit. Aber was ist denn Spiritbox EVP? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hebe mir nochmal ein Christenkreuz mit. Oh Gott, die Geräusche hier drin sind heftig. Hast du irgendwas? Ne, das Licht ist nur wieder aus. Sie war irgendwo hier oben. Ja, da ist sie auch schon wieder. Da flitzt sie rum. Okay, die will uns auf jeden Fall schlecken. Alter. Die will dich ranschlecken. Ja, aber ich komm nicht weg. Ranchuleko. Das Kreuz beschützt mich so ein bisschen. Achtung, weg, 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 weg. Okay, sie mag schon mal das Kreuz nicht. Oh, sie kommt. Sie kommt, sie ist sehr aggro. Sie ist böse. Sie ist ein richtig aggressiver Drecksgeist. Wie wollen wir die denn bezwingen? Guck mal, die ist auch richtig präsent, ne? Aber mein Slipher zeigt nichts zum Kult ist an dir. Naja, wir haben nicht wirklich viel, oder? Was haben wir jetzt? Gar nichts. Doch, äh, Buch. Und Audio. Wo ist es in der Haus? Würde ich sagen. Meinst du, was zählt schon als Voice in der Haus? Ich denke schon. Schätze mal, ne? Vielleicht ein Dämon? Vielleicht ein Dämon. Ich weiß es nicht. Mal ein Stäbchen draufspritzen. Ich meine, es mag kein Kreuz. Dämonen mögen keine Kreuze. Hm. Leuchte mal auf das Kreuz hier vorne, wo ich stehe. Aber ist noch nicht grau. Da kommt sie schon wieder. Da hinten ist sie. Sie steht genau hier an diesem Busch. Jetzt geht sie hoch. Weißt du was? Ich hole mal ein heiliges Wasser. Ich reib die Alte mal mit einem heiligen ein. Dann schauen wir mal, ne? Ja. Thermometer mal testen. Vielleicht einfach mal gucken, ob man vielleicht einen Temperaturabstrich machen kann. Ja, ja. Nehmen wir eins mit. Wir haben ein Ingwer-Schläbchen und ein bisschen Spritz dabei. Kannst du hier kommen? Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Nichts. 15 Grad, 16 Grad. 0 Grad. Hier ist 0 Grad. Nice. Wie war gerade? Oh. Ha. 0 Grad. Okay, wir haben auf jeden Fall. Ich denke, es ist ein Dämon. Aber er hat noch nicht gelacht. Das war Lachen am Anfang. Das war Katzendämon. Ja, klassischer Kat-Dämon. Temperatur 0. Can you come here? Kalt ist es nicht. Revenant auch nicht. Shadow auch nicht. Poltergeist maximal. Ich sag es, ein Dämon. Das ist ein Dämon. Can you come here? Can you hear me? Uff. Boah, was war das? Ich weiß es nicht. Das ist ein Alien. Was hast du drauf geworfen? Holy Water? Ja. Ja, ich habe sie erwischt mit einem Stick. Das ist ein Dämon. Das ist ein Katzendämon. Klassischer Katzendämon. Bring mal deine Bibel mit. Cat-Dämon? Das ist Cat-Dämon. Cat-Dämon. Kannst du mit einem Kreuz schützen oder so? Stell dich beim Kreuz hin. Vorne haben wir noch ein bisschen Kreuz. Siehst du auf Boden? Da würde ich mich halt hinstellen. So die Mischung aus Kreuz und Maria wird dich beschützen. Er hat sich aufgelöst da hinten. Hast du es gesehen? Ja, aber es war es noch nicht. Aber sie hat sich doch bunt aufgelöst, oder? Der Hämmer muss man mehrfach bebibeln. Das ist vielleicht kein Dämon. Vielleicht ist irgendwas fortgeschrittenes. Ich muss hier noch gemuschelt werden. Einige Dämonen wollen getigermuschelt werden. Oh, da kommt sie macht das Licht an und kommt aus der Ecke raus, Alter. Ab und zu muss man den Dämon mit einer Muschel abreiben. Ja, vielleicht müssen wir nicht die Muschel, mit die Muschel. Mit die Muschel? Mit die Muschelmann. Mit Muschelmann? Du, du, die haunt diesen Ort, in dem Namen des Herrn, ich empfehle dich, zurück zu gehen, wo du kamst. Lass dein Geist zurück zur Erde. Lass dein Körper zurück zur Dusche. Lass dein Geist zurück. Oh Gott! Uh, uh, das hat sich verschreckt. Was haben wir denn noch? Wir haben noch ein Lecksalz und eine Nutrition Gun, kannst du noch mitnehmen. Nimm die Gun. Ich habe jetzt mal traditionelle Muschel. Ich habe eine echte Traditionsmuschel, vielleicht hilft das. Wenn, dann legt die doch hier, hier, in die Tür. Oh, hörst du das? Ja. Can you come here? Die da drüber läuft. Can you come here? Hier kam sie gerade raus. Hat das Licht angemacht und kam hier? Äh, jetzt sieht es wieder aus. Can you hear me? Alter, leck mich am Arsch. Alter, was war das? Demon, can you hear me? Can you hear me? War sie da gerade? Boah, ich... Alter, ich... Sie geht da oben immer hoch, da, wo der Beispritz liegt. Ja, der ist ja auch gerade hergelaufen. Can you come here? Sie ist hier reingegangen. Ist das ihre... Hinter dir, hinter dir! Oh! Timon wollte noch ein bisschen abgespritzt werden. Ah! Wow! Ich wollte noch ein wenig Neutronengas in die Nase gespreckelt bekommen. Ja, ein bisschen Neutronengas. Aber alter, die Geräusche von den Viechern, ne? Alter, es kam auf jeden Fall ein Patch, oder? Oder wir... Keine Ahnung, neue Techniques im... Ghost Hunter Dojo, habe ich die gelernt. Neue Techniques. Dojo. Im GH Dojo unten. Okay, warte, warte, warte. Was war... Was war das jetzt? Weil ein... Ein Step fehlt. Irgendein Scan oder sowas fehlt. Und weißt du, unser Haus macht keinen Unterschied, ne? Ne. Oder es ist gar kein Dämon gewesen. Ja, ja, sag ich ja. Aber was konntest du sonst gewinnen? Ein Poltergeist? Revenant wäre gewesen... Sprühen. Also wenn, dann Poltergeist. Ja. Denkst du? Ja, ja. Heiliges Wasser, Steak rings und... Shot the Entity, das Victorino Gun. War ein Polki. Wir haben aber immer noch einen leichten Otzen hier. So einen seichten Otzen haben wir noch drauf. Einen ganz leichten Otzen. Ja gut, das sind noch so ein paar Restotzen-Spritzen. Also Belgien ist immer noch nicht ganz, äh, Otzen-frei. Ne, in Belgien wird eh richtig Otzen-frei sein. So viele gequälte Seelen. Ja, 25 haben wir für Poltergeist bekommen. Oh, war doch nett. Boah, ey, das war krass. Das war mal wieder eine heftige Folge, Leute. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bussi, Bussi und... Juuüü, oulalala...